Wo muss ich denn hin? Wer ist jetzt weg? Ichi, gib Gas! Das ist echt ein unglaublicher Armstation! Da gibt bestimmt ein paar Settebrocken! Was wirst du gleich rausfinden? Wir sind zu schwer! Wer wollte spielen erst? Dein scheiß Metallarm, Ichi! Oh, Hammer! Ach du Scheiße! Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Los! Ach du, Alter! Los, schieß! Ah ne, das bin ich! Oh yeah! 500, da soll mal jemand nachmachen! Obermama! Herrlich! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Was müssen wir eigentlich machen? Ach so, wir wollten uns da mit dieser Tusse treffen. Oder? Das war doch irgendwie so. Wir haben ja irgendwelche Koordinaten gekriegt und wir müssen jetzt zu dieser... ...Tusse. Bleib! ...Mädchen! Wasser und Elektronik! Genau! Okay! Pass es aus! Mir geht's gut! Das glaube ich nicht! Wer weiß schon, was das Wasser mit deinen Nähten oder dem Androiden... ...hah? Ah! Ah! Ich glaube es ist gut! Alles klar! Schalt mal einen Gang runter! Alles cool! Genau, Bro! Gehen wir! Wir holen uns den Signal! Die Final-Echo-Soldaten ist in der Nähe! Lass mich mal ausreden! Ichi scheint ab und zu mal auch seine Targo zu haben... ... wenn sein Oro so anfängt rot zu leuchten... Muss man aufpassen. So. Los. Und mal wieder eine Versorgungskapsel. Was für ein Zufall. Neu. Ah. Der Screamer. Okay. Muni, Muni. Und das ist noch nicht... Oh, auch Aufladungen. Cool, dann wird es wahrscheinlich zu jeder Waffe eine Aufladung geben. Das ist natürlich geil. Ich hoffe es natürlich. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, dass die Geschichte nicht gerade die beste ist. Also Typen müssen ein bestimmtes Ziel erreichen und das geht mehr so... Ach, mit die Fresse. Das ist riesig. Wer baut denn sowas und überlässt es dann einer Horde von Wilden? Ja, keiner. Oder haben sie das gar nicht. Ist ja egal. Ähm, ja, dass wir so mehr... uns den Weg nicht aussuchen können, dass wir wirklich strukturiert einen Weg langlaufen müssen. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist das wirklich echt geil. Huiiii. Au. Ja. Und weiter. Bei dir doch gerne. Äh, ja. So einfach geht das. Deswegen hat uns mein Puls jetzt höher geschlagen. Ah, okay. Scandegegen zeigt mehrere Gegner. An die Arbeit. Kugelgegner. Kugelgegner. Endlich wieder Gegner. Das waren, glaube ich, auch die ersten Gegner, oder? Ja. Hallo. Oh, die sind so eklig. Das hätten die gute Reflexe, ja. Ach, jetzt sind wir hier schon an der Stadt. War hier Urlaub machen? Ich weiß gar nicht, wie die Wetterverhältnisse hier sind. Also Regen. Ich hätte hier jetzt irgendwo ne Bar. Ich könnte jetzt was trinken und... Hm. Jetzt schon ein schönes Glächen Milch. Schon wieder ne Versorgungskapsel? Hallo. Am Ende der Säulen. Oh, Mann. Ich bin überhaupt nicht klar mit Ersteuerung. Und der Leertaste, dass man da spritzen muss. Waa. Okay, jetzt kann ich nochmal... ... die Ladung ausprobieren. Oh, yeah. Trinken. Haha. Herrlich. Lach nicht so herzlich. Oh, yeah. Hey, 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 hey. Lach nicht so herzlich. Hast du davon? Ey. Wer mich dumm anmacht... ...bekommt nen Tritt. Oder auch nicht. Mann. Ich muss, glaube ich, nicht jedes Mal zu nah. Ah, Ladung freischalten. Doch. Wichtig. Wollen wir gleich ein Upgrade kaufen? Ne, auch nicht. Ich kaufe lieber noch ne zweite. Patrone. Kann die gleich mal aktivieren. Ha, 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 ha. Schön, schön. Oh, R2-D2. Cool. Ey, ich wollte gerade treten. Gleich haben wir diese Kleine und dann geht's ab nach Hause. Oh, yeah. Wie weiß noch. 200 Meter. Wir nehmen uns. 9 von 28? Hihi, witzig. Was ist das denn? Hallo, Sish. Mach was du eh mal suchst. Du hängst hier die Passicht. Macht euch nicht so fertig, Jungs. Ihr müsst auch alle lieb. Ich seh hier niemanden. Ich hör die ganze Zeit nur Geschrei, aber ich seh niemanden. Hä? Wie viel fressen die denn? Oder kann ich nicht zielen? Aua. Aua. Ich weiß gar nicht, was die hier so ausrasten. Die könnten uns ja einfach mal nett begrüßen hier. Ich meine, dann würden wir hier einchecken, ein bisschen Urlaub machen, locker durchgehen und alles wäre gut. Dann hätte jeder seinen Spaß gehabt. Aber wo ist denn noch wer? Was zum? Retro-Sound. Oh mein Gott. Soll ich was trinken? Bitte nicht wundern, dass mit dem Versorgungsbockt 9 von 28? Mein Bruder hat das Spiel schon mal gespielt und irgendwie scheint er sich das wahrscheinlich zu merken. Vielleicht, dass man dann auch wirklich alle findet. Ja, ich hab'n Bruder. Äh, ich trinke einfach mal. Ja, 7 von 20. Äh, hallo Ischi. Wie geht's hier? Ey, warte mal kurz. Du hast aber zu schnell in den Augen. Okay, wir können jetzt los. So. Oh.